ob ich so schnell laufe, weißt du? Ronald hat sich die Wunde, warum man so schnell läuft, hat es nicht mitgekriegt, dass er von einem Panzer geschoben wurde und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Battlefield 1 Hallo und herzlich willkommen, ich liebe euch! Ich darf nun die Lügen jetzt aufhören, ja? Ich darf nun die Lügen jetzt aufhören? Ja, natürlich Stand Klasse 4 Du musst dich aber erinnern, dass ich das jetzt rausschneiden, weil die Leute denken ja, dass wir sie lügen Ach, die wissen wie es läuft Weil ich soll jetzt mitspielen können, wir Arschloch Hast du mal Medic für mich und für dich vielleicht auch, weil er halbe HP Ich hör hier nur Mimimi Halbe HP, hm, ich könnt sterben, Mimimi Ich darf auch im Krieg echt nicht dienen, ne? Hör, mein Bein ist ab Ich bin auf den Tresen gedreht, Mimimi Fliegst du durch die Luft mit der halben Kraft, Mimimi Nimm die Beine, die hat, oder zumindest das Bein Ah, Krieg ist nicht lustig Ich kann mich lustig machen Ach, die Map kenne ich, aber ich bin noch nie mit der gestartet, als ich voll im Nebel hatte Ne, nicht wirklich Eigentlich eher mal im Shadow Das ist nie mit dem Flugfeld hinten und mit dem, äh, wo die ganzen Artillerie-Munitionen liegen Wenn es nur Asis sind Ne, die brauchen nur ohne Zukunft Rono, rennst du eigentlich hin? Ich renne gerade hinterher, aber irgendwie, weil ich mir so dann auch so Ob das die richtige Entscheidung war Das nicht, aber ich renne auf A Kannst auf Gegner auch schießen, Mimimi, du musst ja da nicht vorbei rennen Wenn ich keinen, wenn ich ihn sehen würde, dann ja Ja Okay, also nicht Außerdem muss ich ehrlich gesagt, hab ich gedacht, wenn ich ein Heiler in A kommen will und das einnehmen will, soll ich so wenig und würde ich mich aufwäsen Ponyreiter Ja, der hat umgedreht, ich glaube, der wusste, der musste ich krach machen Ja, ja, ich hab auch drauf geschossen, aus dem Flank, der da ist Stell dir vor, das hätten die bei der Mission um Private Reiten damals gemacht Ein Einsatzziel David Ja, und? Ryan, Ryan, nö, 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 nö Äh, danke Alter, wie lange will ich noch nach Glas? Ja, das wüsste ich auch gern Am besten bis Munition drin ist Oh, Alter, Wunder So mein erster Fortschritt Also, du, 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 du Natscher damit, Evgenia, aber die Sprüche sind mir so schlecht, dass ich mich davon, äh Ja! Ja! Ich fühle mich im Wesen gekränkt Ja! Oh, das ist Panscher Hat lieber den Panzer kaputt hier Ich darf der Granate aufpassen! Ich muss schon mit einer Anti-Air auf den Panzer schießen, weil ihr nix gebacken kriegt hier Ich seh den nur gar nicht Wir haben zwei Konzer da drüben Ein Schuss oder so Ich seh den niemand mehr Nein, ich hab keine Munition mehr Der hat nichts mehr von, acht habe, der ist ausgestiegen da wo wir hochgekommen sind Okay Ach, ich hab nix, ich hab eine Granate verkackt Dann war alles vorbei Aber es fährt weiter, das Ding Ja, ja, acht AP, ne, äh, keine Munition mehr Das ist ein neuer, das ist ein neuer Oh, Motordeckt So ein Soldat Der war auch ein bisschen dumm Da ist ja noch, wie viele Panzer kommen denn hier, ey? Das sag ich nicht raus, Alter Alter Dann machst du nur einen Panzer kaputt, dann kommt der nächste Panzer Dann machst du wieder einen Panzer, dann kommt wieder der nächste Der nächste Panzer, dann kommt der nächste Panzer, dann kommt der nächste Panzer, Remax Achso Ich vergesst den Flow, sorry In the Flow Wizzle, ne? Flow Wizzle, mein Nizzle Kommt C Gib ihm Wir haben doch einen Zick Du, das erste Mal Weil ich mich bemühe mit 2 zu 1 Wow, Gegner! Ja, sag das doch, wenn ich nicht grad tot bin Achso, der hat uns beide gekillt und hat das überlebt mit 9 AP Alter, so viel schlecht Oh, ja Du hast meine Schüsse irgendwie mit dem Rücken gefangen, ich hab das auch nicht ganz verstanden Ja, natürlich Naja, wenn ich nicht selbst schuld wäre, dann wäre das ja... Und wie lauten unsere Befehler? Ja, dann wäre ich ja schuld Na, einzig das erste Wichtigste, das geht ja nicht Da ist doch irgendein Tank Jetzt rede ich dir auch schon, Tank Da ist ein Tundentank Da ist auch noch... Da ist doch wieder einer mit der Drecksautomatico, ich hasse diese Sache Aaaaah, ich hasse diesen Menschen Diesen spezifischen Naja Wartest du... Och ne, jetzt bin ich bei D gespawlen, oder? Ernst? Das ist ja mal Käse, ne? Nee Die wurde so gerade von Rucksack enthauptet Ich kann hier nicht reden Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren Der schmolken Moooooooo Hm... Was? Ja, das frag ich mich auch Oder regt sich auch Oder regt sich auch Nee, keine Ahnung Ich bin bei diesem Spiel Ja, spaw nämlich noch weiter Ihhh Die Wand wird mich schon bremsen Granate raus Ich positiere uns Wir werden eine Granate Schick dir eine Granate Was? Nur für 25 Schaden Weg mit dem Arsch Das ist fast schon lustig Wenn man dagegen zuhört War auch nur fast Naja, deswegen hab ich sie auch fast Gibt ne klare Tendenz zu gar nicht Hahahaha Niemand hat die Absicht, dein Ball mehr zu werfen Ich beschäre Schöne sind es Schade I tried my best Die war schön Dein Panzer Ich begrüße sie ich bin dort akkult ich betrachten er geht es auch nur von ob es getötet irgendeine flugzeug anfalle hier auf den kopf gefallen der dach ist ein bisschen verarschen dann muss man mit solchen idioten hier zocken scheiße er muss ja niemand zwingt naja was einstellungen nichts ändern zum teufel der der wendigste das overlay ist für den arsch es ist auch nicht man muss nur lesen das overlay ist für den arsch jimmy ja ist alles für den arsch wie der mensch genau ich meine das versteht wir haben einsatz ziel david wir haben noch nie was anderes gehört von den menschen sind jetzt lass mal Richtung david gehen ja wir haben immer F verloren und ich sponne jetzt erstmal B okay sag mal lieber wo keiner ist wir haben einsatz ziel bertha verloben ja das ist so true das ist so true so true so true true heavy metal true heavy metal true heavy metal true heavy metal kommen wir nicht joinen du bist leider gerade ich brauche mal der gleich schon tot ist weil ich finde alles anders ja sag ich mal ein klares i ich glaube so nicht dass ich irgendwo wüsste ach der ist auf A das wurde ich kann uns nicht reparieren wenn ich die Kräfer kriege mit zweitwaffe Atombombe warum eigentlich nicht weil es die 1918 noch nicht gab ja äh ja ich weiß es doch was soll ich denn machen hinter uns ich kann nämlich ja aber auch steig aus ich steig nicht aus du stirbst oder so weil hier kein Kampfgebiet ist mach wie du willst du krepierst Junge oh man ich kann nicht mit 6 11 5 der aus dem Team sein daran sieht man wie schlecht das Team ist für mich schon ne oh ne das läuft gerade so richtig läuft das aber flüssig wir wollen niemand niemand hat gesagt es würde besser laufen das stimmt leider das stimmt leider du ne bläbt euch hier stehen du wir lauten unsere Befehle Feldwebel Befehle Feldwebel Befehle Feldwebel Befehle du kriegst kein Befehle Freundchen ja doch bei unserem Feldwebel das Püpp ist verrührt wir lauten unsere Befehle boah du ekelhafter Assi-Camper ekelhafter Assi-Camper ekelhafter Assi-Camper könnte auch die neue RTL-Show sein die würde zwar ein bisschen freundlicher heißen aber na doch ja 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 gefühlt noch nicht mal getötet klar kack auch gerade richtig ab ey 2-0 wir sind trotzdem noch weit oben da fragt man sich doch wer ist eigentlich der hoffen Lappen mit dem wir zocken und trotzdem ist unser Team auch noch in Fügung das ist ja das Schlimmste dabei eigentlich wenn wir wenn wir Wars of Doom sind und die anderen Team im Spieltechnischen noch hinter uns sind dann weiß man doch wo der Hase langläuft ja oder halt eben auch nicht mehr der ist wahrscheinlich zu faul zum laufen ja unerwundlich wahrscheinlich ist der Hase schon tot alter hat man irgendwie ist man irgendwie ähm unkündbar? nein unverwundbar wenn man gespawnt ist oder was? mh nein leider nein leider gar nicht der kriegt Schrotz ins Gesicht und überlebt das der stand vor mir Sniper äh äh ... ... ... ... D, D, D. Was D? Ja. Unser Feldwebel macht ja nichts. Okay, okay. Alles klar Feldwebel. Du kannst auch gerne einen besseren Vorstand machen wenn du hast. Äh nö. Mach du mal. Ich renn dich hinterher. Nein oah. Ich wurde gemessert. Naja. Bleib liegen. Ich wurde gemessert. Kannst du den nicht fassen. Ich hatte gerade noch einen Redskreis. Ja, na gut. Geh mal lieber irgendwo hin, dass ich es brauchen kann bei dir. Wow. Da war ein Artilleriewagen. Super. Der ist jetzt auch noch im Feld. Der ist nicht in Ruhe. Ey. Scheiße. Wir haben Einsatzziel Celsa. Wie hat der Wichser mich gesehen? Schießen einfach so. Durch den Smoke. Aufsache. Aber der ja. Weil der Q spammt dich spottet und dann dein Zeichen über deinen Kopf sieht und weiß wo er hinschießen muss. Ja. Aha. Genau. Elf gegen die Spiele des Jahres. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. Der steht doch nicht mal so schlecht, weißt du. Wenn ich meckern würde, wird das verständlich sein. Ja, oder ich mit 950. Ja, das auch noch. Aber ne, ich stehe 411. Also bitte. Ich bin ja wohl deutlich schlechter als du, Freund. Natürlich kommt er jetzt hin. 进t HALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL ALSCHチャンネル educación Gröning für diese disseminErw Willie menschliche Respekt eingิd auf HALALALALALALALALALALALALALALTA Der ablennt die Riesens, I can tell you. Och, jetzt schießt der Artilleriewagen genau, der schießt auf D, der hat die ganze Zeit dieser Drecks Art-Wagen. Ich bin doch auf D, wo ist denn der? Der steht bei B, vor B, zwischen B und D, aber eher Richtung B. Auf der Straße oder Vorsprung oder was das so ist. Okay. Der schießt in das Kleine, der schießt in das Haus. Wir haben Einsatzziel David erhofft. Ah, klar, ich spawne drei Leute. Wer holt mich? Der von hinten, der Sniper. Wir haben Einsatzziel Albert erhofft. Ridiculous, expecto patronum. Yeah. Okay, pass recht. Ich brauch Hilfe bei E, wenn man in der Zeit genüßt hat. E? Ja, E, weil wir verlieren E und da sind ganz, ganz viele Gegner. Ja, 72 Stars mit dem Hellriegel. Deine Mutter hat auch mehr Zeit, wa? Ehrlich. Die hatte viel zu viel Zeit, die alte Schlampe. Die wurde auch von allem gedöhnt, was gerade zwei Beine hatte. Wie kann man eigentlich Gegner markieren? Kuh, Kuh. Kuh, Kuh. Das ist jetzt erst fast, das ist ein bisschen traurig. Einfach nur drücken, nicht gedrückt halten. Naja, ich glaube eigentlich, dass wir das auch nicht gesagt haben. Ja, weil wenn du in Kuh gedrückt hältst, dann kommt der andere. Ja, wenn man aber sagt, Kuh drücken. Ja. Ne, wir haben Kuh geschrien. Er hätte jetzt auch fragen können, ja, und jetzt habe ich Milch oder was, also. Alter. Jetzt gemacht. Ich würde so gerne mal wissen, wie der Gehirn arbeitet. Alter, das musst du mal defraudieren. Ja, aber es ist sehr nett, dass du das Gehirn nennst, aber. Und du musst nicht schleimen, ne? Ja, entschuldigung. War nicht meine Erbsen. Das war ein klarer Kopf. Spielst du schon wieder Snipe? Natürlich. Spiel, halt! Komm, halt, halt! Dann Snipe mir doch wenigstens die Leute da weg! Tue ich doch, aber ich kann doch nicht alle wegsnipen. Da werde ich noch von Eisenhower höchstpersönlich gekillt, ey. Ja, besser als Trump. Entschuldigung, aber... Ich spaw ein Ball, ich geh auch mal ins Snipe. Mach das. Na, super, komm, scheiß Panzer, ey. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Hm. Also, jetzt müsste es das eigentlich erstmal gewesen sein. Ja, die spawnen aber jetzt wieder, oder? Wir haben Einsatzziel damit, er oben. Ach so, wir haben was gegründet. Auf 350. Aber das ist eigentlich viel zu weit, aber ich weiß ja, wie ich targeten muss. Ungefähr. 350, kann ich? Oder 300. Ups. 3. 3. 3. Wie? Der hat mich geschossen. Ja, mach mal. Ich hasse es, nein. 11, 21, das wäre immer besser. Weil ich mal Lust drauf habe. Ich muss ja auch mal so, ich kann ja nicht mal in die gleichklassisch spielen. Schaden, ey. Kopftreffer, natürlich. Hat der Schrauben im Kopf? Nägel. Nägel. Beschwerd sich auch nur. Der Evgeny ist knötrig. Ja, ein bisschen. Der hat ein bisschen Hüngerchen. Oder heute nicht Ficky Ficky gemacht, ich weiß es mal nicht. Das tut mir auch leid. So viel zum Thema Sniper spielen, ne? Warum? Ja, aufgeholt auf 10, 14. Wir haben Einsatzziel David verloren. Ja, und? Gib mir noch zwei Wochen und ich mache auch ein 10, 15 draus, ja? Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Wenn du V drückst, kannst du auch in gewissen Bereichen nullen. Da kannst du dann deutlich präziser über die Distanz schießen. Triffst dann dahin, wo das Fadenkreuz hin ist. Wo ist er denn? Ja, da. Pass, wo ruf er dich ab? Mann, Ron, da liegt einer an der Scheißdingen an der Windmühle. Warum hast du den immer noch nicht gekillt? Ich bin doch gar nicht mehr bei dir. Natürlich, weil du warst. Ich bin da gar nicht gestorben in der Zwischenzeit. Was du laberst? Du stehst neben mir. Ich bin bei dir gespawnt auf 10. Hä? Ja. Oh. Du bist doch mal weggelaufen. Ich weiß nicht, welche Windmühle du meinst. Gerade bei A. So. Ich habe nicht den Windmühlen. Ich kann nichts snipen. Ich kann es einfach nicht. Die kommen rechts von dir in den Berg hoch. Deswegen guckst du auch, wenn du bist dahin. Und dass sie die WC einnehmen, guckst du immer noch weiter nach A. Okay. Bist du nicht gerade selbst? Mit dem Regen? Ja, nein. Ich bin über die gespawnt. So, klar. Das ist ein bisschen gut. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Warum sind wir so schlecht? So schlecht. So schlecht. Ich kann nichts snipen. Dann lass es doch. Tue ich jetzt auch ganz so. Nobody has gezwungen you for this. I don't even know why you are doing this. Cause I want to. But I'm... Was I... I don't climb your river. Ach so. Wer ist das Faktor? Who is shooting at me? This is a bad habit. Bad habit, oh god. Ich kann es ja nicht immer noch lehnen. Ich kann es ja nicht immer noch lehnen. Keine Ahnung. Alter. Wo ist denn was? Na, ist der nice gemessert, der Plin. Wo denn? Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Von wo? Rana, geh raus! Raus von rein. Ja, glaub ich auch. Das ist doch nicht immer noch lehnen. Wir haben Einsatzziel alle. Aber knallt hier! Kommt hier! Kommt hier! Kommt hier! Kommt hier! Kommt hier! Da fahren wir nicht mehr! Neldengeschützt! Der ist da vorne laufen müssen, wieder hinten. Aber da wusste ich ja nicht, was da noch kommt. Also so oder so. Wer keckt. Da vorne hättest du es überlegt. Joa, wusste ich ja nicht. Mich hat zerwäscht, Sonny! Was jetzt? Da ist ja Rückzug, nicht Vorzug, ne? Scheiße, wir sind ausgemischt. Aber es stimmt ja. Ich weiß nicht, ob ich in die Granate reinlaufen möchte. Ja. Da würde ich doch, glaube ich, lieber einfach geradeaus weiterlaufen. Ey, wieso treffst du den Wichs, seine Schläger oder was? Oh, es ist so traurig, dass ich nur ganz knapp auf den Knie bin. Nein, nein. Okay. Jetzt treff ich auf einmal. Die Frage ist. Mäde! Mäde! Das ist nicht so. Das ist kein Problem. Das ist nicht so. Für uns, Grid. Das ist ein Problem. Und wenn das das Erste ist, was ich tue? Mit dem Messer in der Bewusstsein. Dass wir das Spiel gewinnen, oder ... naja, okay, mittlerweile ist es ... Befehle, Feldwebel! Befehle! Ah! Ich bin bei W. Ja, B, C, U, A. Du würdest uns schon mal eigentlich, was wir falsch gemacht haben. Warum A, wenn die die anderen Punkte alle haben, dann gibt die A halt auch nichts. Guck! Ah, Panzer! Alter, hier gibt's auch ne automatische Schotbrinte. Äh, will sie denn? Die Automatik ... sowieso Automatik 12? Äh, 12G Automatik, ja. Ich hab's mir gekauft. Und ist gar nicht mehr so gut, oder? Doch, doch, die ... gebraucht. Sieben Schuss im Magazin ist ganz nett bei der erweiterten Version. Ich brauche Munition! Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Wie lustlos. Ne, das ist verzweifelt. Wir können das noch gewinnen, Kinder. Aber wie viel noch? Ja, wieder. F, F, jetzt neue Befehle! Ja! Wir haben Einsatzziel Emil ... Hallo Zeug! Ich glaube, ich würde für Spendifil-Spiel brauchen wir gegen nicht mehr frei. Ach, das gibt's nicht wieder. Das ist jetzt gerade auch Müdigkeit, glaube ich. Warum Müdigkeit? Weil er frei hatte? Ich glaube deswegen. Der Junge hat so oft frei. Wir gewinnen! Schenkt denen Radhafen! Schenkt denen Radhafen! Oben ist einer rausgesprungen! Da ist noch mehr! Ja, ich weiß. Jaaa! Ich muss doch jetzt was besseres haben, oder nicht? Ich bin, dass mein ... Ah, ich hab nur eine Sniper. Ich dachte, ich hatte zwei. Kauft hier die russische. Die ist richtig gut. Wie anfangs Sniper. Ich hab hier noch ... Ich hab hier noch ... Ich hab hier noch ... ... gekauft aber ... What the fuck? Wie lauten unsere Befehle? Nach nem ... Irgendwo gab's mal nen Bug, das ist äh ... Reischal. Was schießt da auf mich? Wir haben Einsatzziel ... Ne, das ist doch ... Ich schon. Weißt du wer ich's weiß? Peace zurück. Panzer! Natürlich ist er ausgestiegen. Der Wick ist schön. Komm, 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 das ... Das halten wir locker. Das können wir, das können wir noch einen Tick. Ah! Alter, 1629, ey. Das darf's auch niemand zeigen. War nicht schön. Nee. Nee. Aber wir haben gewonnen. Ja, grad so, ne? Pssst. Stimmt. Und ... Unsere Zuhörer sehen das ja nicht. Nee. Die Zuhörer sehen das nicht. Dass wir nur mit ... 300 Punkten Unterschied gewonnen haben. Aber ich halte das so wie ... Grey Reaper. Mit den Fingern hoch. Und für diese ... Na, na, FG ... Ach, egal. Liebe Leute, wir wünschen euch was. Bis dahin. Wir sind cool.